Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 5. Oktober und das sind die News und Highlights der Elektromobilität. Audi bereitet Werk Neckars-Ulm auf E-Autos vor, Ionity führt Abo ein, Blue Bus zeigt Elektro-Kleinbus mit Feststoffakku, Belgische Post beschafft 1200 Elektrotransporter und Volkswagen setzt auf Batman. Der traditionsreiche Audi-Standort in Neckars-Ulm macht sich mit mehreren Baumaßnahmen fit für die Elektromobilität. Von einer Weichenstellung ist die Rede. In Neckars-Ulm wird bereits der E-Tron GT gefertigt. Die große E-Limousine entsteht aber nicht im Hauptwerk, wo unter anderem Verbrennungsbaureihen wie der A4, A6 oder A8 gefertigt werden, sondern in den Bölliger Höfen, also in jener Manufaktur, in der auch der Sportwagen R8 in überschaubaren Stückzahlen montiert wird. Konkreter als die Aussage, die Weichen für die Produktion künftiger Elektromodelle zu stellen, wird Audi aktuell auch noch nicht. Ein reines Elektrowerk soll Neckars-Ulm jedenfalls nicht werden, zumindest noch nicht. Im Zuge des Werksumbaus werden nun aber zwei alte Gebäude abgerissen und eine neue Montage errichtet. Diese soll auf die Mischfertigung ausgelegt sein, also sowohl für die künftigen Elektromodelle als auch Verbrenner geplant werden. Mit der neuen Lackiererei und der dritten Ausbaustufe der Montage machen wir den Standort fit für die Zukunft, auch hinsichtlich der Produktion künftiger E-Modelle, sagt Audi-Produktionsvorstand Peter Kößler. Diese Investitionen seien ein klares Bekenntnis des Konzerns zum Standort. Dem Betriebsrat geht das noch nicht weit genug. Die Arbeitnehmer fordern, dass die Entscheidung, welche elektrischen Volumenmodelle künftig in Neckars-Ulm gefertigt werden, zeitnah getroffen werden müsse. Explizit will der Betriebsrat ein volumenstarkes E-Modell in die Fabrik holen und auch einen Masterplan für die Transformation der Entwicklung sehen. Ionity legt ein Abo-Modell für seine HPC-Ladestationen auf. Dadurch sollen Elektroautofahrer die Möglichkeit erhalten, Ionity-Standorte ohne Ladekarten anderer Mobility-Service-Provider oder Ladedienste zu nutzen. Dadurch müssen Fahrer ohne Vertrag mit Ionity-Partnern nicht mehr zwangsläufig den hohen Ad-Hoc-Preis von 79 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Wer künftig ein Jahresabo namens Ionity Passport abschließt, zahlt künftig nur noch 35 Cent je Kilowattstunde. Für dieses Abo fällt allerdings auch ein Grundpreis von 17,99 Euro pro Monat an. Das lohnt sich vermutlich nur für Autobahnvielfahrer. Per Pressemitteilung hat Ionity die neue Option übrigens noch nicht publik gemacht. Auf der Webseite des Anbieters wird das neue Angebot aber schon beworben. Konkret heißt es dort, dass das Abo der ideale Tarif für alle sei, die häufig lange Strecken zurücklegen, egal ob im In- oder Ausland. Der Ionity Passport gewähre zwölf Monate lang vollen Zugang zu allen Ladestationen im europäischen Ionity-Netz. Der Zugang und Bezahlvorgang erfolgen über eine Smartphone-App. Die Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Der Tarif variiert zwar in einzelnen europäischen Ländern, in sämtlichen Staaten mit dem Euro gelten aber die genannten einheitlichen Preise. Der zur Bolloré-Gruppe gehörende französische Elektrobushersteller Blubass stellt ein neues Modell vor. Dabei handelt es sich um eine neue Version seines sechs Meter kurzen E-Busses. Dieser bietet Platz für bis zu 35 Passagiere, einen neuen Antrieb und 25 Prozent mehr Reichweite als der Vorgänger. Rund zehn Jahre nach der Premiere des ersten sechs Meter Elektrobusses präsentiert der französische Hersteller mit Sitz in der Bretagne eine umfänglich überarbeitete Version. An Bord hat das Fahrzeug weiterhin einen Feststoffakku der Bolloré-Konzernschwester Blue Solutions. Dieser bietet nun aber eine Kapazität von 126 Kilowattstunden und somit bis zu 200 Kilometer Reichweite. Die Festkörperbatterien aus Frankreich werden optional auch im e-Citaro von Mercedes verbaut. Der neue Blubass soll mit seinen kompakten Maßen vor allem den Betrieb von kurzen Strecken mit geringer Fahrgastdichte profitabel gestalten. Die Antriebsleistung gibt der Hersteller mit 140 kW an, die Höchstgeschwindigkeit mit 70 kmh. Schnellladefähig ist der kurze Bus nicht. Die AC-Aufladung wird von dem verbauten Onboard-Lader mit 22 kW unterstützt und soll nach Angaben von Blue Bus an einer entsprechenden Station 6,5 Stunden dauern. Das nationale belgische Postunternehmen beschafft 1200 Elektrotransporter. Diese sollen bis Ende 2022 ausgeliefert werden. Einem Medienbericht zufolge wurden die ersten 400 E-Transporter bereits bestellt. Die Ausschreibung für die übrigen 800 folgt Ende dieses Monats. Wie eine flamische Wirtschaftszeitung berichtet, hat die belgische Post die ersten 409 E-Fahrzeuge bei mehreren Herstellern in Auftrag gegeben. Zum einen, damit diese rascher ausgeliefert werden können und zum anderen, um Erfahrungen mit verschiedenen Marken und Modellen zu sammeln. Zu den ausgewählten Modellen zählen demnach der elektrische Renault Kangoo, der Opel Vivaro E sowie der E-Transporter der chinesischen Marke Maxus. Mit den beiden aktuellen Bestellungen verschärft die belgische Post ihren erst vor zwei Jahren vorgestellten Elektrokurs erheblich. Seinerzeit war noch von 600 elektrischen Lieferwagen bis Ende 2022 die Rede. Nun sollen den bereits rund 100 im Dienst befindlichen E-Transportern bis Ende 2022 insgesamt 1200 weitere Folgen. Bis 2030 will die zu 51 Prozent dem Staat gehörende Post ihre gesamte Flotte auf Elektroantrieb umstellen. Dabei reden wir über insgesamt 18.000 Fahrzeuge. Die Hersteller wird's freuen. Batman hilft künftig der Elektromobilität. Okay, wir geben's zu, wir machen hier einen kleinen Namenswitz. Es geht dabei um Volkswagen. Der Hersteller stellt eine Analyse-Software namens Batman Real Life für Batterien vor. Der von der Software ausgeführte Schnellcheck wird ab sofort in einer Pilotanlage für Batterie-Recycling genutzt, welche die Volkswagen Group Components seit Anfang des Jahres am Standort Salzgitter betreibt. Batman ist nach Angaben der Wolfsburger in der Lage, den Gesundheitszustand von Batterien innerhalb von wenigen Minuten zu ermitteln. Das Tool soll vor allem dazu eingesetzt werden, im Fall von E-Fahrzeugen, die am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind, einen Schnellcheck der Batterie auszuführen. Auf dieser Basis soll dann entschieden werden, was mit der Batterie passiert. Je nach Leistungsfähigkeit, die das Prüfsystem feststellt, kann die HV-Batterie zukünftig ganz oder in Teilen wieder in einem Fahrzeug eingesetzt werden, ein zweites Leben als mobiler oder stationärer Energiespeicher bekommen oder das Material kann durch einen Recyclingprozess zurück in die Zellproduktion geführt werden, führt Volkswagen dazu aus. Dem namensgebenden Kinohelden würde das sicher gut gefallen. Das war unser E-Mobility-Update am Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit der nächsten Sendung zurück. Bis dahin machen Sie es gut. Bis dahin machen Sie es gut.